Musik Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauß Wanderlust. Heute gehen wir eine Traumschleife und zwar die Liddermont Gipfeltour. Diese ist etwa 9 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie diese so ist, dann bleibt dran. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und über kleine Brücken muss man laufen. Richtig top. Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Da heute das zweite Adventswochenende ist, wünschen wir auf diesem Wege mitten im August einen schönen zweiten Advent. Bis zum nächsten Mal. 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 Bedanken wir uns, dass ihr wieder reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, einen Daumen hoch. Und über Kommentare würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Also bis dann, bis zum nächsten Mal. 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 Moin. Moin. Warte noch. Bis zum nächsten Mal. Strauss. Bis zum nächsten Mal.